Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Meine Abonnenten wissen es wahrscheinlich schon, ich hatte mal ein Video zum DIVUM PIXU MAX herausgebracht. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, falls nicht, ich verlinke es euch hier oben rechts, da könnt ihr einfach mal direkt dann raufklicken. Das ist ja DIVUM PIXU MAX, Pixel Art Design, wie wir es von DIVUM gewohnt sind. Dann gab es noch ein DIVUM PIXU und dann gab es noch andere DIVUM Produkte, die ich hier auch schon auf dem Kanal getestet habe. Und jetzt gibt es was Neues und zwar ein Kickstarter Projekt. Entschuldige, ich gucke gerade mir selber an, wie das so aussieht. Sieht schon cool aus. Stimmt mal vor, weil hier hinten ein Hintergrund hängen. Sollte ich mir irgendwie was überlegen. Sagt euch LAMETRIC irgendwie was vielleicht? Entschuldige, dass ich jetzt so euphorisch bin und irgendwie nicht richtig auf den Punkt komme. Aber ich habe DIVUM schon, seitdem ich die ganzen DIVUM Produkte hier teste, jedes Mal habe ich denen geschrieben, macht das doch endlich mal so wie LAMETRIC mit dieser Pixel Art Uhr. Ich mache das mal aus, ansonsten lenke mich das dazu sehr ab. Da wird nämlich auch die Social Media Abonnenten getrackt oder Follower oder wie auch immer zum Beispiel. Dann steht dort, wie viele Follower ihr auf YouTube habt, auf Twitter oder sonst irgendwie wo. Und genau das gibt es jetzt auch bei DIVUM mit dem DIVUM PIXU64. Aber nicht nur irgendwie YouTube und Co. Damit werben sie noch nicht mal hier. Sondern nein, ihr könnt euch auch zum Beispiel anzeigen lassen, wie gerade der Bitcoin steht. Also da gibt es mehrere Tracking-Möglichkeiten. Sei es Social Media Aktivitäten, also auch Twitch, YouTube, Finance-Geschichten wie den Bitcoin anzeigen lassen. Oder aber auch bei Games ist das möglich. Ich zähle euch nachher mal die kompatiblen Games auf. Aktuell ist das Ganze ein Kickstarter-Projekt. Also das wird erst laufen, wenn so und so viel Geld zusammengekommen ist. Ihr könnt auch beim Kickstarter-Projekt mitmachen. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch natürlich den Link hin zum Kickstarter-Projekt. Dann zahlt ihr, glaube ich, so um die 100 Euro und dann kriegt ihr auch so einen Teil nach Hause geschickt. Aber wir kommen zurück. Nämlich wollte ich euch sagen, dass das Ganze natürlich dann an sich ein Projekt gerade ist. Und früher oder später auch nochmal geupdatet wird. Also hoffen wir, dass auch nochmal ein paar mehr Games dazukommen. Ich gucke mal ganz kurz nochmal, welche Games das alles waren. Also ich glaube, League of Legends. Und dann erzähle ich euch das jetzt schon mal vor dem Intro. Also neben League of Legends auch Overwatch. Apex Legends, das Game zocke ich gar nicht. Oder auch Fortnite. Wird euch dann einfach hier alles angezeigt, die Punkte, die ihr so schon ergattert habt. Für mich persönlich ist es mega interessant wegen der YouTube-Abonnenten. Die wollte ich mir schon immer mal irgendwie in so ein Pixel-Art-Design einblenden lassen, sodass ich dann immer mal sehen kann, wie viele Abonnenten ich gerade habe. Das Ganze geht übrigens aber auch für Videos. Wir können Videos einspeisen und dann wird uns hier angezeigt, wie viele Views wir auf das Video haben. Und wie viele Likes. Und ich glaube, Kommentare auch. Aber das Ganze gucken wir uns einfach mal gemeinsam an. Denn eigentlich wollte ich es erst auspacken, ein bisschen testen und dann ein Video machen. Aber ich dachte, ey komm, ich bin gerade so euphorisch. Da starte ich direkt mal die Kamera und dann packen wir es gemeinsam aus. Und an sich kenne ich die DIVUM-Produkte schon alle in- und auswendig. Ihr, glaube ich, auch wenn ihr meine Videos schon gesehen habt. Hier ist alles möglich, was mit den anderen DIVUM-Produkten auch möglich ist. Die ganzen Pixel-Art-Designs, die Community arbeitet da ja mit. Also das heißt, jeder kann selbst ein Design hochladen. Dadurch sind da jetzt mittlerweile gefühlt Millionen von Designs mal sehr gute, mal weniger gute, aber auch eben viele sehr gute Designs, die wir hier rüber abspielen lassen können. Außerdem können wir Uhrzeit natürlich sehen, Datum, Wetter und diese ganzen Sachen ebenfalls. Aber wir machen es jetzt mal auf, gucken uns das Ganze an, den Lieferumfang, starten mal das Ganze und dann kann ich auch noch mal auf die Sachen eingehen, die ich vielleicht jetzt noch nicht erwähnt habe. Plus die ganzen Neuigkeiten, die ganzen neuen Sachen, die eben hier endlich dabei sind. Ich bin gespannt auch, wie das Ganze funktioniert und wie es designmäßig aussieht. Aber jetzt geht es erst mal los mit dem Intro. Ich glaube, das Intro kam in meiner ganzen fünfjährigen, sechsjährigen YouTube-Laufbahn noch nie so spät in einem Video. Aber egal, ich ziehe es durch. Viel Spaß beim Intro. Wir sehen uns in einem sehr kurzen sechs Sekunden direkt wieder. Mindestens genauso schnell wie das Intro möchte ich jetzt auch den Lieferumfang hier produzieren. Auf der Rückseite, was sehen wir da noch, wie es aussehen würde, wenn wir es in einem coolen Gaming-Zimmer anbringen würden, hier oben den Rahmen. Alle, die jetzt mit die Woom noch gar eins anfangen können, guckt am besten auch meine alten Videos, und dann fragt ihr noch mehr. Aber an sich laufen da auch die ganze Zeit dann diese Pixel-Art-Designs durch, wenn ihr es denn wollt. Ihr könnt das alles am Smartphone regeln. Was sehe ich hier übrigens noch? An Evolving Cloud Frame, das wäre auch noch ein interessanter Punkt. Das ist ein interessanter Punkt. Das ist der erste Frame von die Woom, oder allgemein das erste Gerät von die Woom, welches nicht mit Bluetooth connected zum Smartphone, sondern via Wi-Fi. Also direkt über das WLAN können wir den Frame hier, den Bilderrahmen ansprechen. 64x64 programmierbare LEDs sind hier. Ihr habt es ja auch gesehen, ne? Also ich meine, ungefähr genau so groß ist auch der Frame. Und hier haben wir den Pixu Max, und das war schon der Max. Das ist hier dann quasi Super Max, ne? Also, aber wir halten die gleich nochmal nebeneinander. Jetzt gucken wir aber mal rein. Ich schiebe mal den Pappschuber hier ab, schmeiße das mal einfach direkt hinter mich. Dann haben wir hier nochmal so einen Karton, wo einfach schön die Woom nochmal draufsteht. Und dann finden wir darin einmal die Bedienungsanleitung auf Deutsch und aber auch in anderen Sprachen. Dann haben wir hier den Pixu 64. Ja, seht ihr? Also der ist fast wirklich genau so groß wie der Karton gerade eben. Hier können wir dann nochmal einmal die Folie hier abziehen. Und dann haben wir hier den Pixu Frame. Äh, Pixu Frame. Pixu 64. Und hier den Pixu Max. Also, ja, der passt da irgendwie nicht ganz viermal rein, aber schon ein paar Mal rein. Und, äh, ich glaube, ihr seht auch gerade hier, seht ihr ja schon so ein bisschen noch die Pixel beim Pixu Max. Hier sehen wir die so gut wie gar nicht. Und die sind wahrscheinlich noch kleiner. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht, wenn wir das Ganze anmachen. Legen wir ihn erstmal kurz beiseite und gucken, was wir noch hier im Lieferumfang finden. Nur noch ein Stromkabel. Und das ist aber auch, glaube ich, die Woom-typisch mal wieder schön lang. Das freut mich, dass die darauf immer achten, dass sie auch ein langes Stromkabel haben. Und auch so ein schönes, ich hoffe, ihr seht das, aber ich sage es euch ja gerade auch, so ein schönes stoffummanteltes USB-C auf USB-A Ladekabel, beziehungsweise Stromkabel. Denn wir haben diesmal nicht, wie bei allen anderen Die Woom-Produkten, einen Akku hier verbaut im Pixu 64. Sondern wir müssen dauerhaft den kleinen hier mit Strom betreiben. Anders geht das sonst nicht. Wir können nicht irgendwie erst aufladen und dann irgendwo auch ohne Kabel hinstellen. Dann haben wir hier noch ein Tütchen. Was haben wir denn hier drin? Was zum Verschließen. Denn wenn wir mal um die Woom-Pixu 64 rumgehen, dann sehen wir, auf der Unterseite haben wir zwei Gewinde. Und dann haben wir aber auch nochmal auf der Oberseite ein Gewinde. Und so wie das hier aussieht, können wir scheinbar diesen Verschluss hier in die beiden Gewinde hineindrehen. Wenn ihr das denn wolltet, aber wir haben eben hier so eine Art Hülsen dann. Wenn ihr das gut sehen könnt, doch ihr könnt es glaube ich super sehen, dann können wir es auch an die Wand hängen. Mit beispielsweise einem Band oder so noch. Das ist auch dann halt auch nochmal möglich. Wie ihr euch schon denken könnt, das ist komplett der Rahmen aus Kunststoff. Schwarz, andere Farben wird es nicht geben. Die Rückseite ist ebenfalls schwarz. Wir haben hier den Schriftzug, die Woom. Hier könnt ihr nochmal die Marke nachlesen. Dann haben wir einmal hier die Möglichkeit auch direkt den Pixu 64 an die Wand zu hängen. Hier rein und dann haben wir hier aber noch einen Ständer glücklicherweise. Den schieben wir höchstwahrscheinlich hier unten rein. Genau und dann können wir ihn auch einfach auf den Tisch stellen, wie ihr das hier jetzt sehen könnt, glaube ich ganz gut. Dann haben wir hier unten einmal eine Micro SD Karte und zwar mit 512 Megabyte. Also braucht ihr euch das Gerät nicht extra zu kaufen, weil ihr eine Micro SD Karte haben wollt. Und dann haben wir hier unten noch den USB-C Anschluss, der sich hier versteckt. Und hier könnt ihr dann das 2 Meter lange USB-A auf USB-C Kabel, wie erwähnt, anschließen und das Ganze auch aufladen. Das mache ich einfach mal jetzt auch direkt. Jetzt sehen wir auch schon, dass das Ganze gestartet ist und jetzt müssen wir natürlich unser WLAN-Passwort eingeben. Das Ganze wird aber über die App laufen, denke ich mal. Das ist doch ein super Stichwort. Dann schauen wir uns doch direkt mal die App an, die ich natürlich schon auf dem Smartphone habe von die Woom. Füge mal ein Gerät hinzu, gehe auf Einstellungen. Dann möchte die App, dass ich den Standort aktiviere. Und dann sage ich jetzt nicht Bluetooth, sondern über Wi-Fi möchten wir jetzt Gerät nämlich aktivieren. Und Pixel 64 Cloud Frame findet ihr sofort. Netzwerk koppeln. Und dann muss ich mein WLAN-Passwort eingeben und dann müsste es eigentlich direkt auch losgehen. Das habe ich jetzt direkt mal gemacht. Gerät wird verbunden. Dabei fällt mir gerade noch ein, dass das Ganze über das 2,4 GHz Netzwerk funktioniert. Ihr müsst aber euren Router nicht unbedingt auf 2,4 GHz schalten und 5 GHz abschalten, sondern das funktioniert auch, wenn ihr diesen Doppelmodus oder Dualmodus sozusagen habt mit 2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig, was eigentlich die Standardkonfiguration ist. So, wir sind schon drin. Jetzt gibt es auch ein Update verfügbar. Das aktualisiere ich auch direkt einfach mal. Jetzt sehen wir gerade noch so eine Art Boot-Animation, glaube ich. Die WUUM PIXU 64, die WUUM, weil jetzt wohl das Update ist jetzt installiert. Und jetzt gucken wir mal in der App, was hier so Neues möglich ist. Bis auf, dass man eben natürlich hier diese ganzen verschiedenen Grafiken direkt auch auf den PIXU 64 laden kann. Dann laufen diese Grafiken da eben durch. Ihr könnt, wie erwähnt, auch verschiedene Grafiken euch auswählen, dass die dann hintereinander ablaufen und auch das Wetter und so weiter und so fort. Was wir jetzt hier aber auch sehen, dass die Grafiken noch detaillierter sind, weil jetzt noch kleinere Pixel da sind. Irgendwann der WUUM PIXU aus dem Jahre 2025 hat dann wahrscheinlich gar keine Pixel mehr, obwohl es Pixelart sein soll, weil dann die Pixel so klein sind, dass wir sie eben nicht mehr sehen, so wie es auf dem normalen Bildschirm auch der Fall ist. Die typischen WUUM Games scheinen hier gerade nicht zu funktionieren, aber das wird schon auch nochmal geupdatet. Ansonsten können wir auch unter Pixel-Coloring dann irgendwie Pixelart ausmalen. Wir können auch selbst zeichnen unter Design, können wir hier auch was malen. Es wird dann auch direkt hier live angezeigt auf dem DiWUM PIXU 64. Dann haben wir, wie erwähnt, alle Möglichkeiten, die wir vorher auch hatten bei den ganzen DiWUM Produkten. Was jetzt zusätzlich dazu gekommen ist, ist, dass das Ganze eben über Wi-Fi funktioniert, wir keinen Akku mehr haben und dass eben auch die ganzen Sachen getrackt werden, die ganzen Social-Media-Sachen. Und dazu will ich am besten jetzt auch direkt einfach mal kommen, weil ich das mal unbedingt ausprobieren will, wie das so funktioniert. Wir haben hier aber auch noch den Geräuschmesser, das meinte ich mit Mikrofon. Jetzt hört man, wie laut es hier gerade ist. Wenn ich jetzt klatsche, dann wird das Ganze noch lauter natürlich. Und deswegen, ein Mikrofon ist hier auch noch weiterhin eingebaut. Dann haben wir einen Countdown-Zähler, können wir hier ablaufen lassen, eine Stoppuhr und eine Anzeigetafel. Team Rot hat jetzt zwei Punkte, Team Blau hat nur einen Punkt oder drei Punkte hat Team Rot. Und so sehen wir es auf der Anzeigetafel. Das ist bestimmt auch hier und da mal ganz nützlich. Dann haben wir auch einen Terminplaner noch, den wir hier nutzen können. Können wir hier alles eintragen, uns anzeigen lassen. Dann kommen wir jetzt aber zu den nächsten wichtigen Sachen. Und zwar hier unter Channel finden wir einmal den Visualizer, was wir auch schon kennen von den vorherigen DiWUM Produkten. Die funktioniert halt alles so wie bei den anderen Produkten auch. Da ist auch das Mikrofon wieder wichtig. Denn wenn ich rede, danach bewegen sich dann diese Grafiken, die wir hier auswählen können. Hier gibt es ja eine Menge zur Auswahl. Die Temperatur, Messeinheit können wir hier auch einstellen, ob Grad oder Fahrenheit. Das Logo beim Hochfahren und dann aber auch die Helligkeit runterregeln. Oder auch natürlich komplett hoch. Also das ist das Hellste, was möglich ist hier mit dem DiWUM. Und jetzt kommen wir aber zu dem Spannenden. Und zwar unter Channels, Clocks. Wie gesagt, normale Uhr, aber auch Social Media können jetzt endlich ja getrackt werden und angezeigt werden. Sei es Twitter, YouTube, YouTube-Videos, Twitch-Account, Twitch-Stream. Bilibili-Account kenne ich nicht. Okay. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Social Media-Sachen aus Asien oder so. Do you Twitter-Account, wie gesagt, nochmal Influencer. Dann kann man sich anscheinend auch mehrere Accounts hintereinander einblenden lassen, wie wir es hier am Bildschirm auch sehen. YouTube, Twitter und Twitch. Und die anderen, die wir halt wiederum nicht kennen. Ich probiere es ganz mal mit meinem YouTube-Account aus. Dazu gehen wir dann hier auf die drei Striche, wenn wir das ändern möchten. Search Channel. Aktuell ist der DiWUM Channel. Und geben wir mal Charlie, Charles, Jack ein. Mal gucken, ob er uns so findet. Direkt. Ja, sogar relativ oft. Und MyLitec hat er auch gleich gefunden. Und anscheinend weiß er, dass ich auch Teil von MyLitec bin. Übernehmen, oben rechts klicken. Und jetzt müsste mein YouTube-Account hier ankommen. Was? Achso, das sind meine Views. Ah, okay. Also meine Views, jetzt Subscriber, 17.200. Genau, richtig. Also auch, natürlich wird auch, oder natürlich kann auch nur der DiWUM 64 das Ganze abgerundet oder aufgerundet anzeigen. Also 17.200. Ich habe jetzt 17.254 oder irgendwie sowas im Dreh. Oder 50. Und er zeigt jetzt 17.200 an. Wenn man dann irgendwie 17.298 hat, dann rundet er meistens auf auf 17.300. So wie es bei YouTube auch direkt angezeigt wird. Also jetzt nicht komplett auf den letzten Abonnenten wird das hier natürlich auch nicht angezeigt. Aber trotzdem cool, dass das Ganze möglich ist. Und dann wechselt er zwischen View-Count und Subscriber-Count. Man kann aber auch den View-Count ausschalten. Und dann wird nur die Subscriber durchgängig gezeigt. Und hier unten läuft dann euer YouTube-Kanal-Name oder Twitter oder Twitch oder was ich euch gerade alles noch gezeigt habe. Oder auch Games. Dazu kommen wir gleich noch. Das Design lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Also hier oben steht YouTube und so. Ist okay, ist ganz nice. Hier unten haben wir eine Uhrzeit, das Datum. Aber es wäre cool, wenn man es noch ändern könnte. Die Boom hat mir erzählt, dass die da eh nochmal dran arbeiten gerade und die ganze Zeit Updates raushauen. Ich bin guter Dinge. Ich glaube eben an das Gute. Und dass da demnächst noch ein Update rauskommt, wo dann die ganzen Kleinigkeiten, die ich mir noch zusätzlich wünsche, auch nochmal angepasst werden. Die Hauptsache ist ja hier schon mal möglich. Das ist ja schon mal mega cool. Wie seht ihr das Ganze? Seid ihr vielleicht auch YouTuber oder wollt ihr gerne euer Twitter- oder Twitch-Account hier sehen? Oder wie viele Follower ihr habt eben durchgängig sehen können? Das an den Schreibtisch stellen oder an die Wand. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Also ich freue mich riesig, dass es endlich funktioniert, weil LeMetric war immer mega teuer. Das war die einzige Uhr, die ich kannte, die das konnte. Und jetzt haben wir hier was für 100 Euro, was eben diese ganzen Pixel-Art-Sachen kann, was schon mal cool ist. Und aber jetzt auch noch den YouTube-Account oder alle möglichen Social-Media-Sachen anzeigen kann. Genau, also Designs kann man hier scheinbar nicht ändern. Aber wenn man dann den Twitter-Account anmacht, sieht das Ganze auch ein bisschen anders aus, wie ihr hier seht. Und also jede Social-Media-App hat sozusagen sein Design. Und dann unter Normal haben wir eben die normalen Uhrzeiten, also beziehungsweise die normalen Uhren, die wir auswählen können, um uns die Uhrzeiten anzeigen zu lassen. Die Uhrzeiten anzeigen zu lassen und unter Financial-Aktien wahrscheinlich ist das Ganze hier. Und dann aber eben auch den Bitcoin-Wert aktuell oder Ethereum auch. Also allgemein, diese ganzen Kryptowährungen können wir uns hier anzeigen lassen. Wenn ich jetzt bei Bitcoin reingehe, da gibt es keine Auswahlmöglichkeit bei Cybercurrency. Cybercurrency, ah doch, da kann ich andere Kryptowährungen auswählen, wenn ich mir anzeigen lassen möchte, wie gerade der Dogecoin so verläuft. Aktuell geht ja alles gerade back up, was Kryptowährungen angeht. Das bisschen, was ich so ein bisschen mal aus Spaß investiert habe, ist auch extrem eingebrochen. Aber trotzdem ist es ganz lustig, dass man sich das mal so anzeigen kann und dann sehen kann, oh okay, der Dogecoin, der geht gerade doch wieder ab. Schnell mal verkaufen oder wie auch immer. Oder der ist gerade so niedrig, sollte ich vielleicht mal kaufen. Aber ich will hier keine Finanzberatung machen und schon gar nicht Drogecoin. Also ich glaube, ich glaube daran nicht mehr so wirklich, dass das nochmal abgeht. Aber vielleicht Bitcoins oder sowas. Und bei Games können wir die Games anzeigen lassen, die ich euch genannt habe. Unter anderem auch Fortnite, das wird glaube ich den einen oder anderen hier noch interessieren. Dann könnt ihr hier halt euch euren Namen eingeben und dann seht ihr Matches, Kills, Winning in Prozent und Wins. Das alles wird hier einem angezeigt oder man kann es auch abstellen und nur eine Sache anzeigen, wenn man denn möchte. Unter Holidays kann man auch noch, sagen wir mal bald ist Weihnachten, dann können wir auch diese Pixelart Grafik uns hier anzeigen lassen. Und können dann, hier ist der 25. Dezember ausgewählt für Weihnachten bei uns in Deutschland, das ist der 24. Kann man auch ändern, das ist auch ganz gut gemacht. Und dann sieht man glaube ich noch, wie viele Tage es sind bis Weihnachten, noch 158 Tage. Aber hier können wir sogar die GIFs anscheinend ändern. Ah cool, hier können wir die GIFs ändern, hier können wir ein bisschen das Ganze auch anpassen. Das finde ich nett gemacht. Also ich bin ja Fan von den Pixelart Grafiken und von diesen DIVUM Produkten, weil die auch wirklich verarbeitungstechnisch gut sind. Habe ich eigentlich noch irgendwas vergessen zu erwähnen. Hier am Rahmen haben wir rechts noch den Power Button, wo wir das Ganze ausschalten können oder auch wieder anschalten können. Und dann haben wir hier unten noch einen Button, da können wir die Grafiken, die wir eingespeichert haben, einfach mal durchlaufen lassen. Oder eben gar nichts drücken, dann wird er die Grafiken automatisch halt durchspielen. Also falls ich jetzt hier drin bin, seht ihr jetzt gerade, dann wechselt er automatisch die Grafiken. Und jetzt zum Fazit kann ich noch sagen, ich habe ja Erfahrung gesammelt schon mit vielen Produkten von der Marke DIVUM, wie ihr glaube ich wisst. Und von daher kann ich euch sagen, dass das Ganze auf jeden Fall empfehlenswert ist. Das, was ihr hier seht, funktioniert auch und das sieht auch nochmal geiler aus in Real Life, als jetzt hier in der Kamera, wenn ihr es dann bei euch da zu Hause einfach selbst aufhängt. Jetzt habt ihr hier nochmal, wenn ihr den PIXU Max schon cool fand, dass es endlich mal ein bisschen größer ist, dann habt ihr hier was richtig Großes und dann auch noch die Möglichkeit, ja viel, viel mehr Möglichkeiten als vorher schon. Und die Kleinigkeiten, die auch noch geändert wurden, habe ich auch schon erwähnt. Von daher schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze so findet. Habt ihr Interesse an dem PIXU 64, findet ihr es cool, dass endlich Social Media Tracking möglich ist. Das ist ja das, was mich so erfreut hat und ich werde wahrscheinlich jetzt mir das irgendwo hier in die Ecke stellen und dort dann meine YouTube Abonnenten verfolgen. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr weiterhin abonniert, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, damit die Zahl ein bisschen steigt. Aber das ist natürlich eure Entscheidung. Jetzt bleibt mir nichts weiter mehr übrig, außer zu hoffen, dass ihr dieses Video hier interessant fandet und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich würde mich freuen, macht's gut. Wenn wir uns das Bueno. Ich freue mich weiter. Ich freue mich öfft. Werbrichta Baden